weiter geht's mit dirkson photography wir sind hier im schlafbereich im hotel anna ist jetzt hier auf dem bett wenn wir das licht ausmachen sieht so aus sehr dunkel wenn wir es an machen haben wir den spot direkt aufs gesicht und haben tolles licht ich lege mal die kamera wieder irgendwo hin vielleicht hier oder ich kann sie eigentlich auch in der hand halten das mal so ich nehme die kamera und ich mache die fotos jetzt von oben weil wir dadurch man sieht das einfach jetzt schon aus dem bilden sehr schön erst mal eine schöne perspektive haben und auf der anderen seite aber auch ja das band soll nicht drauf auf der anderen seite aber auch das haar sehr schön in vordergrund kommt sehr schön anna muss gar nichts machen sie kann einfach relaxen das reicht schon und schon haben wir fertige bilder und es braucht gar nicht viel es braucht nicht viel zeit es braucht nicht viel aufwand das wichtige ist zu wissen wie man mit licht umgeht und der blitz kostet knapp 100 euro und das war's 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 war's